So, mein Gutster, Prenzsturm steht auf dem Plan. Und worum jätet? Um Gola. Wie um Gola? Um Premium Gola. Und da sollen ausgerechnet wir beide Werbung für machen, oder was? Na klar, was erzähl man da? Sag mal. Na das übliche, wa? Premium macht schön, stark, schlau, reich, attraktiv, sexy. Na gut, was die Leute eben hören wollen. Genau, Frauen kriegen davon sanfte Haut, kleine Füße, Männer kriegen eine längere Flöte. Genau, Männer kriegen damit auch gleich alle Frauen rum, weißt du? Prima-Konzept. Alter, was ist denn das für ein Ton andauernd hier? Das Gebimmel, das ist der Stern da oben, der Disclaimer. Ja, wofür ist der denn gut? Immer wenn man lügt, schreibt man die Wahrheit ein bisschen kompliziert in so einen Disclaimer rein. Ist hier nichts ehrlich an dem Clip, oder was? Na doch, die Gola. Na dann brauchen wir den doch ja nicht. Nö, das Produkt ist ehrlich und transparent. Gola ist nicht transparent, du Vogel. Euer Christian Ja, das Produkt ist sehr sicher, saubern. 未 protocols Ich hole bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.